Hallo und willkommen. Ich hatte ja bereits mehrfach erwähnt, dass das derzeitige elektronische Prüfverfahren mit der Entwicklung des Lernens nicht Schritt hält. Mit den derzeitigen Testtypen, hauptsächlich im Multiple-Choice-Format, fragen wir über eine starre Methode fast nur Wissensmengen ab. Und im Gegensatz zu ihrem Alltagsverhalten haben die Studierenden dabei keinen Zugang zu neuen Technologien. Aber genau das benötigen sie, um in der digitalen Welt zu bestehen. Wie können wir dieses Dilemma auflösen? Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist ein funktionierendes Inverted Classroom Model mit seinen multimedialen Vermittlungskomponenten wie Texten, Videos und Quizzes zur Vorbereitung, dazu mit diversen digitalen Elementen in der Präsenzphase. Zusätzlich hatte ich ausgeführt, dass sichergestellt sein muss, dass die Studierenden die Inhalte von Phase 1 vor der Präsenzphase auch durchdrungen haben. In einem derartigen Inverted Classroom Mastery Model bietet sich dazu ein ausgeklügeltes System elektronischer Tests an. Mit integrierten Tests können die Lerner ihr Wissen selbst einschätzen. Formative Mastery Tests dienen zur kontrollierten Wissensüberprüfung nach Beendigung der digitalen Phase der Inhaltsvermittlung und das Live Voting in der Präsenzphase ermöglicht einen abschließenden Gesamteindruck des Vorwissens. Und am Ende einer Lehrveranstaltung wird dann meistens ein summativer Test, eine sogenannte E-Klausur geschrieben. Bisher war diese E-Klausur primär ein Wissenstest. Sie wurde in einem PC-Pool geschrieben. Es wurde sichergestellt, dass die Studierenden nur Zugang zu ihrer Klausur hatten. Und es wurden primär Fakten im Multiple-Choice- oder im Input-Task-Format abgeprüft. Immerhin, es gab auch Teiltests zur Überprüfung von Kompetenzen. Zwar machten diese Tests nur einen geringen Teil aus, aber sie gaben uns Anlass zur genaueren Untersuchung weiterer Zusammenhänge. So konnten wir im Sommersemester 2016 zunächst einen klaren Zusammenhang zwischen Präsenzteilnahme und Klausurerfolg feststellen. Das heißt, wer an der Präsenzphase im Inverted Classroom teilnahm, und das waren im Kurs Varieties of English im Sommersemester 2016 immerhin durchschnittlich 84 Prozent, der erzielte bessere Klausurergebnisse. Doch trifft das für alle Testtypen zu? Schaut man sich die Teiltests im Einzelnen an, dann sieht man, dass die Tests, in denen Faktenwissen abgeprüft wurde, insbesondere in den Multiple-Choice-Tests, dass die Ergebnisse dieser Tests nahezu unabhängig von der Präsenzteilnahme waren. Platt ausgedrückt, Fakten kann man auch ohne Präsenzteilnahme auswendig lernen. Bei den beiden Kompetenztests, die schon damals Teil unserer E-Klausuren waren, sieht das anders aus. Nun werden die Ergebnisse bei sinkender Präsenzteilnahme deutlich schlechter. Aus diesen Ergebnissen folgt eindeutig, Klausuren sollten kein Wissen mehr überprüfen, sondern Kompetenzen. Und so sind die neuen Klausurformate ein wichtiger Eckpfeiler im Gesamtsystem geworden. Sie sind nicht nur vollständig kompetenzorientiert, sondern sie fördern die Präsenzteilnahme. Und da ja nun kein Wissen mehr abgeprüft wird, können wir getrost die Internetnutzung zulassen und Techniken wie den Safe-Browser in die Mottenkiste packen. Dass die Internetnutzung übrigens aus Gründen der Chancengleichheit über einen zweiten Browser und nicht über Smartphones durchgeführt wird, dass diese Internetnutzung in den neuen kompetenzorientierten E-Tests funktioniert, das konnten wir bereits nachweisen. Nach Aussagen der Studierenden und ersten Selbsteinschätzungen nach unseren Klausuren im Frühjahr 2017 konnten keinerlei signifikante Hilfe-Effekte festgestellt werden. Die Studierenden waren zwar während der Klausur häufig online, aber Google, Wikipedia und sonstige Webseiten konnten ihnen bei dieser neuen Kompetenzprüfung kaum weiterhelfen. Einziger Effekt, manche gerieten etwas mehr unter Zeitdruck als gewohnt. Es funktioniert also kompetenzorientierte E-Klausuren mit Internetnutzung. Schauen wir uns abschließend einige typische Kompetenztests in meinem Fach der Sprachwissenschaft an, Tests, die aber problemlos auch auf andere Fächer übertragen werden könnten. Mit Auswahlübungen, in denen aus einer beliebig großen Menge diejenigen Elemente ausgewählt werden müssen, die bestimmte Bedingungen erfüllen, oder mit Analyseaufgaben, deren Ergebnisse in ein Textfeld getippt werden müssen, gelangen auch elektronische Tests in eine neue Dimension. Auch die Hörauswahlübungen, in denen je nach Höreindruck Elemente ausgewählt werden müssen, oder die Zählübungen, bei denen entschieden werden muss, wie viele Elemente eines bestimmten Typs in einer Menge enthalten sind, zählen zu typischen Kompetenztests. Bei all diesen Tests hat der Computer leichtes Spiel bei der Auswertung. Der Lerner allerdings wird vor hohe Anforderungen gestellt, bei der die Internetnutzung nur geringe Hilfestellung bietet. Doch auch mit diesen neuen Kompetenztests, die die Präsenzphase so enorm wichtig gemacht haben, sind wir noch nicht am Ziel. Digitale Kollaboration, auch in E-Klausuren, ist die neue Herausforderung. Wir werden sie im Juli 2017 erstmals ausprobieren und sie über unsere neuen, dann kollaborativen E-Testverfahren als Teil einer Gesamtprüfung auf dem Laufenden halten. Bis dahin, bleiben Sie uns treu. Beste Grüße aus Marburg.